Ja, hallo lieber Zuschauer da draußen und schön, dass du eingeschaltet hast hier bei einem neuen Video von mir. Als allererstes möchte ich mich da draußen bedanken bei JBTV, dass ihr mich erwähnt habt in ihrem Video. Wenn du da draußen mal gerne Interesse hast und möchtest bei ihr vorbeischauen, der Link ist in der Videobeschreibung. Hier auf YouTube gibt es schon sehr bekannte YouTube-Stars. Und ein bekannter YouTube-Star dreht momentan einen Film. Es ist der gute alte Fresh Torge. Mit seinen YouTube-Videos begeistert Fresh Torge über hunderttausende Zuschauer. Aber nun arbeitet der Internet-Star an einem Kinofilm. Der Film soll Kartoffelsalat heißen und er soll auch in dem Film ein sehr bekannter Komiker dabei sein. Wer das ist, das werden wir ja wohl da draußen noch erfahren. Ich drücke dir auf jeden Fall Fresh Torge die Daumen, dass ein Kinofilm was wird. Ja, nun kommen wir auch mal zu einem etwas anderen. Und zwar ist es auch ein YouTuber. Ein, ich sag mal, sehr bekannter YouTuber es ist. Er macht Let's Plays. Es ist nicht Kronk. Nein. Es ist auch nicht Sarasa. Es ist jemand ganz anderes, der richtig viel Geld macht hier auf YouTube. Und es ist kein anderer als Beauty Pie. Beauty Pie ist gerade mal 25 Jahre und verdient im Jahr 3,5 Millionen Euro. What the fuck is this? Bevor dieses Video nun zu Ende ist, möchte ich euch da draußen gerne eine weitere YouTuberin vorstellen. Sie nennt sich Michi Liebt. Sie macht auf ihrem Kanal Beauty and Lifestyle Tipps. Und ihre Videos sind echt gut. Sie macht richtig schöne, tolle Videos, das sag ich jetzt mal. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wenn ihr da draußen Interesse habt, einmal dabei zu sein bei mir im Video, dann schreibt es hier unten in den Kommentaren. Und der Kanal von Michi Liebt, der ist hier unten in der Videobeschreibung. Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich ungeschminkt bin. Aber ich mache heute die 3 Minuten oder 3 Minute Make-Up Challenge. Und zwar ist das hier ein quasi Kooperationsvideo mit der Nathalie von LaBelleLouv. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, alles dazu werde ich unten in der Infobox bereithalten. Und da findest du dann auch den Link zu ihrem Kanal. Und ja, schau doch bitte unbedingt bei Nathie vorbei, wenn du sehen möchtest, wie sie sich in 3 Minuten gemacht hat. Und wenn du von mir zu ihr gehst, dann sag doch einfach Hi. Und ja, du kannst sie natürlich auch gerne abonnieren. Sie wird sich hundertprozentig freuen. Sag einfach, dass du von mir kommst. Und ja, lass einfach einen netten Kommentar da. Und falls du von Nathalies Kanal zu mir gekommen bist, dann Hi, herzlich willkommen hier bei mir. Jo Leute, das war es auch erstmal wieder von mir. Ich hoffe, euch da draußen hat natürlich das Video gefallen. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen, einen Thrashen, Daumen nach oben hoch geben. Und dann könnt ihr natürlich auch noch bei Mitchelieb gerne vorbeischauen auf dem Kanal. Und bis dann sag ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Matze Cooks. Haut rein, liebe Leute.